Also, habt ihr schon mal versucht, euch alleine zu erhängen? Das ist ziemlich schwer. Hätte ich nicht gedacht. Ach, ich gebe eh nicht viel auf solche Trollposts. Manche Leute müssen halt andere haten, sonst sind sie nicht glücklich. Im RL haben wir solche Troller auch, nennt sich AfD. So, dann holen wir uns unseren Sand hier mal zurück, schnell. Und dann bauen wir uns nach oben. Na komm Sonne, jetzt bleibt noch ein bisschen oben. Hm. 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 Ah, das schaffen wir aber noch hier. solange nichts unvorhersehbares passiert wunderbar noch schnell alles einkassieren auch wenn es nicht so aussieht wir haben heute schon eine ganze menge getan dann fangen wir doch mal hier an sandstein 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 der rest des sand glas raus sand rein so und ab damit da wird wieder ein video nicht richtig angezeigt bei mir nur mal nachgucken wartet mal ganz kurz so